Herzlich willkommen zu einem neuen Shop Video. Ich hatte tatsächlich gestern die ganze Zeit am 9. Video zu meinem Gaming Setup gearbeitet und deshalb konnte ich natürlich am Abend dann auch nicht mehr streamen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Irgendwie war die Kamera immer dauerhaft verpixelt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es heute schaffe. Wenn es alles glatt laufen sollte, sollte heute das Video um 16 Uhr online kommen und dann werde ich natürlich heute Abend auch wieder zwischen 20 und 21 Uhr den Stream beginnen. Ich werde euch notfalls nochmal im Community Setup informieren und ansonsten könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ich für Musik in meinen Shop Videos nehmen sollte. Ich hatte in der letzten Zeit ja immer die gleiche Musik hier aus Fortnite benutzt, diese Major Laser Musik. Jetzt habe ich meine andere Musik genommen. Ich hoffe, es passt auf jeden Fall besser. Irgendwann wird die Musik einfach extrem langweilig. Ansonsten, wenn ich davon Musik von Epidemic Sound oder so nehmen soll, könnt ihr es gerne einmal in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, wir schauen uns dann auch direkt den Shop an. Und dort haben wir heute einen neuen Stil für den Raubzug-Skin. Der war ja bisher immer nur mit diesem einen Stil. Ist im Prinzip ein bisschen ähnlich wie der Wildcat-Skin tatsächlich. Und jetzt haben wir eben mal kostenlos noch den Insel-Skin bzw. den Insel-Stil dazu bekommen. Ist auf jeden Fall ganz nice, immer kostenlos einen Stil zu bekommen, gerade bei einem blauen Skin. Auf jeden Fall vollkommen nice. Dann haben wir als nächstes noch die Kaugummi-Bomberin im Standard-Stil und einmal ohne Visier. Dazu gibt es dann die Kaugummi-Knüppel-Spitzhacke sowie die Kaugummi-Bomben-Lackierung. Dann haben wir als nächstes noch den Kristall-Skin, den Bronto-Skin, dann den Pterodactylos-Gleiter dazu, den kräftiger bis Spitzhacker dann noch und dann haben wir als nächstes noch den Castor-Skin. Hier gibt es auch drei verschiedene Stile. Einmal den Standard-Stil, dann den Feuer-Stil und den Eis-Wasser-Stil. Für den epischen Skin drei Stile ist auch auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Natürlich selbige, es sind nur beim Backpack, dort haben natürlich auch genau die gleichen drei Stile. Dann haben wir zunächst noch die Sternstab-Spitzhacke, dann den Rasender-Ansturm-Emote. Als nächstes dann noch den Verge-Skin, dann den Insel-Stimmungen-Emote. Und dann noch den Jubel-Stimmungen-Emote. Bei den Sonderangeboten hat sich heute tatsächlich auch etwas verändert und zwar haben wir heute gar nicht mehr den Captain America-Skin drin. Der war jetzt auch die letzten anderthalb Wochen irgendwie im Shop und endlich wurde der mal ausgetauscht gegen anderen Skin. Jetzt haben wir dort eben halt den Sommer-Drift-Skin. Der war ja auch gestern im Shop drin und der wird jetzt wahrscheinlich auch für die nächsten vier Tage so ungefähr drinbleiben. Und danach wird wahrscheinlich auch wieder ein anderer Skin kommen. Hier haben wir einmal den Standard-Ziel und dann noch den Stil mit Hemd. Und dazu gibt es dann einmal die Zwillings-Kling als Spitzhacke, dann die Drift-Wolf-Lackierung und dann den Drift-Stream-Gleiter. Dann haben wir natürlich noch von gestern auch den Finster-Herz-Skin und die Verhexler-Spitzhacke dazu. Das war es dann auch schon mit meinem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao!